Ah! Bitte warten, die Mama möchte pullernieren! Na toll! Ja, was denn? Geil! Mal gucken! So! Wird schon klappen! Wird schon klappen! Jetzt sieht man mal was für ganzen Tierchen hier vor der Linse rumfliegen! Na warte mal bis du da drauf ein Ufo sitzt! Auch gut! Hallo! Blind! Ist nur Kamera? Ja! Also nur was Licht kommt? Ne, ich filme auch! Ach so! Weil die komischen Fledermäuse, die fliegen immer so drei, vier runden zusammen. Hallo, meiner lag auf dem Zuhause! Mann, das ist meiner! Ja! Also immer nur so in diesem Umkreis und die hier kommen und dann bin ich nicht. Als wenn ich immer bewegen und darf ich jeden Abend in die gleiche Zeit. Naja, das ist irgendwie... Überall der lag auf meiner Tasche. Was macht euch die Runde? Nein, der hier wollte ich auch mal umgehen. Ich hab keine Ahnung. Aber der müsste nur so hin wie bei der Pionale gehen! Ja! Naja, das ist irgendwie so. Oh! 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 Ich war ganz auf die Brust auf den Popcorn! Ja, siehste, da bin ich dann noch sorgen können. Ja! Das ist Popcorn! Ich bin hier schon drühen, was für Payrollen ist die Karte. Ouh! Oh ok, wie hoch bist du denn? Joe! Mecktert. Wir sind so schön. Ich bin so schön. Du bist so schön. Du bist so schön. Du bist so schön. Du wirst mycker. Das ist nur ein Anfang der Restkriege nach oben. Ja, das fängt mit einer Fontaine an. Eigentlich hat er gesagt, da kommt es nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. wow oh wow 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 Das war's, das war's. 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 Das war's.